Hilfe. Hell. Aua. Genau, die haben wir ja schon im Gameplay-Review-Trailer gesehen. Das sind stark. Schön. Hat ja nur 40 Minuten gedauert, bis der Tag hat. Willkommen in der Oberwelt, ja. Nie, nie irgendwas machen. Ah, das war Charakter. Ja, fühle ich komplett. Wir looten natürlich erst mal. Die Straße nach Backhoof ist gesperrt. Bridehoof. Ist sie eben durch dieses hohe Gras? Okay, die Steuerung ist hart weird. Okay, Entschuldigung. Aber ich habe Erfolg freigeschaltet. Immerhin. Ah, okay. Ich bediene so die Kamera. Ein Scheiß-Krieggras hat. Zufallsbegegnung! Ha! So, wo ist er? Jetzt ist dein Geldbeutel voll! Bereit noch zum Kamm! What the fuck? Sind wir jetzt in der Arena? Was ist mein Ziel, Kollege? Seid ihr alles böse? Der kriegt aber hartes Mann. Jetzt ein großes Skam! Wer ist ein großes Skam? Wer ist ein großes Skam? Ich werde immer gefährlicher! Okay, jetzt bringe ich auch ein Level ab. Du bist Elektro, du bist doof! Du bist Elektro, du bist doof! Kann ich hier? Du hast keine Chance! Bam! Das ist so satisfying, die zu hauen! Das ist insane! Ich glaube, hier gibt's... Nee, das ist einfach nur eine Arena, wo ich kämpfen muss. Kampfbestanden. Darf ich jetzt würfeln? Ah, okay. Du bist langweilig. Egal, mitnehmen. Mitnehmen, ich bin schon zu Border-13 gewöhnt. Oh, mehr Schaden. Das sind einfach Sachen, die ich nicht brauche. Einfach nicht mehr mitnehmen. Aber es ist jetzt ein neues Game. Jetzt muss ich erst mal wieder anfangen zu looten. So, wir gucken. Kann ich hier drauf klettern? Gott, du bist anscheinend uninteressant. Also weg hier. Dazu müsste ich wieder in die Oberwelt kommen. Ja, guck mal. Gucke mal. Ich habe überall auf der Oberwelt Abkürzungen für euch platziert. Ihr müsst einfach nur draufhauen. Okay, dann gehen wir direkt zurück. Und hauen den Würfel da. Du Glückspilz. Was war das? Zwei Gold? Jawoll, ich Glückspilz. So, hier ist noch nichts. Boah, weh, ich sprinte. Bin ich ein Tier, alter. So, da können wir nicht lang, weil der Bottlecap auf der anderen Seite ist. Cheetos und ne Pump. Du bist schon freigelegt. Es gibt jede Menge versteckte Goodies und Verliese, die man freihauen kann. Ja, es gibt Folgen. Nehmen Cress. Kann ich da schon rein? Ich soll da schon bestimmt nicht lang und es ist mir auch egal, aber... Oh, äh, bist du... Oh ne, die sind ja auf meinem Level angepasst. Das ist ja interessant. Ach so, warte. Ich kann ja übrigens noch Koma Skills. Kritische Zaubertrefferchance sehe ich auf jeden Fall. Und ich sehe uns da auf jeden Fall immer noch auf Zauberabgangszeit Auswahl beibehalten. Danke. Komm doch her. Oh, da kann ich springen, oder? Portet mich das? Ja! Okay, die Schottkanzel für Gewöhnungsbedürftigkeit. Gut, wenn die eingefroren sind, easy. Aber es geht durch mehrere durch. Oh, ist das geil! Oh ja, zack. Und Zauber. Hamm. Hamm. Das ist jetzt frech, dass du hoch bist, während ich runter bin. Ja gut, das Ding zu treffen mit der Schottkern ist natürlich schwierig, ne? Was bist du? Bist du Slack? Ha, du bist kein Slack auf jeden Fall. Oh, kauf, bestanden. Dieses. Uh. Du siehst dick aus. Ja, die schießen alle so Wellen, die Shotguns. Ah, guck mal, jetzt bin ich hier unten. Na, guck mal. Mach mal. So, was bist du denn? Ich habe einen Schrein wiederhergestellt. Ah ne, ich habe einen Schrein teilbekommen. Dann muss ich jetzt wieder kämpfen. Das war natürlich nicht so ein Zweck der Sache. Okay, durch die Dinge muss ich immer kämpfen. Also wäre es sinnvoller. Aber jetzt bin ich woanders. Kann ich dich hauen? Schade, das wäre cool, wenn ich das hauen könnte und das auf den Schienen so lang fährt, um die Gegner kaputt zu machen. Moin! Boom! Easy's neck. Ich liebe das, wenn du in den Joke-Points stehst, wo der Gegner einfach immer weiter auf dich reinspringt. Wo ist der Set es für einen, Alter? Ja, also no shit, wenn die Gegner... Das Movement ist so clean mit den Spells. Oh, ich mache Hackfleisch aus dir. Zauberslots sind bereit. Was machst du? Ich will gucken, was du machst. Was machst du? Was kannst du? Ah, mir Schaden geben. Ich muss sagen, die Effekte sind mir ein bisschen zu hell. Also no shit. Nicht, dass ich jetzt ein Komplett-Dunghild sitzen würde, sondern oder so. Ich habe eine ganz normale Lampe an neben mir. Aber die Effekte, die sind ein bisschen hell. Die tun ein bisschen weh. Oh, neues Schild. Schade. Oh, guck mal. Mehr Schaden. Wir nehmen erstmal grundsätzlich mehr Schaden. Oh, ja. Es ist direkt gelohnt, die Reise hier zu machen. Oh, Black Powder. Ja, Black Powder ist meins. Das ist nämlich eine Jacobs-Variante-Inventars-Variante. Ich sollte auch wahrscheinlich schon seit drei Minuten in der Stadt sein. Habe aber nichts gemacht. So, guck mal. Wir haben hier bestimmt... Ach, guck mal. Hier ist der Schrein. Die ganze Gegend ist von Schreinruinen übersät. Auch wenn die Erbauer schon längst vergessen und ihre magischen Kristalle in alle Binde verstreut sind, könnte dich wer oder was auch immer dort verehrt wird, belohnen, wenn du seinen alten Glanz wieder herstellst. Also, entweder habe ich das eine Ding jetzt gesammelt und ich suche. Monete. Monete. Oh, wow. Monete. Hey, hey. Willst du reich werden? Annehmen. Äh, ja. Der Schrein hinter meinem gut geschützten und vor allem nicht angestochenen Rücken ist für einen alten Gott, der aus der Mode gekommen ist. Ich schätze, wenn wir alle Teile zusammensetzen, gibt es eine neue Belohnung. Na guck mal, da habe ich schon aus Versehen die Nebenquests gemacht, bevor ich die Nebenquests hatte. Ich bin es einfach. Ich habe bereits einen Teil gefunden und ich weiß, wo noch eins ist. Wenn du es für mich besorgst, können wir die Belohnung teilen. Ich achte auf deinen Rücken. Deinen schutzlosen, abschlechbaren Rücken. Ach, was für ein Arsch. Wenn jemand von vorne auf dich zukommt, wie ein Idioten. Klatschi, meiner. Das ist eine hieb- und stichfeste Taktik. Man weiß nie, wer einem irgendwann den Rücken punktiert. Es ist... Nein, warte, doch, Karte. Nee, Tagebuch, da war ich die Quest aus, ne? Ja, total überspring scheiß drauf. Äh, ne, im Quest, ja. Die Person, mit der du am wenigsten recht hast. Ah, okay, guck mal, eins habe ich schon gesammelt. Unabsichtlich. Und jetzt müssen wir noch das andere finden. In dem Verlies da drüben könnte eventuell ein Schreiter sein. Egal, eventuell. Hm. I doubt. Oh, da wurde liegt was. Aber ich bin wie so ein kleines Kind. Gegenhauen. Einfach immer gegen... Alles, hey. Ihre funkelnde Majestät, Königin Arschgaul, hat die Wonderlands lange mit der Seelenmagie beschützt, mit der sie das Land selbst trägt. Ich glaube, ich kann jetzt reisen. So eine wichtige Aufgabe erfordert ein Anfischer. Jetzt geht da rein und sich für den Ort. Okay, kann ich das nicht. Wenn sich das an den Rand des Todes bringt. Und absolut... Oh ja. Meteor. Juhu. Wupp, wupp, fühle ich. Auch wenn er viel abfließt hat. Aber dann machen wir mich so scharf. Ich bin ein sprechendes Klenk. Ich bin ein sprechendes Klenk. Komm, wo bist du? Ha, ich verarsch dich. Oh, den hat's weggeklatscht. Okay, das Ding ist geil. Der Meteor ist geil. Auch wenn der andere... Ich will alles für ein wenig mullisches Kosten. Wenn du abgehauen wärst, würdest du vielleicht noch leben. In jedem Helden steckt ein Skelett, das freigelegt werden will. Keine Sorge. Ich will jedem Helden steckt ein Skelett, das freigelegt werden will. Das haben wir gesagt, ich könnte auf einer Spinne reiten. Okay, guck mal, ist extra abgeschirmt, die Areale. Okay, guck mal, kann ich den Meteor ist überdruckt, die Geprolymorphen. Ich glaub, das klappt nicht. Aber bei Meteor kannst du auch, äh, ein Face locken. Wie lange bleibt der Geprolymorphen? Wie lange bleibt der Geprolymorphen? Wann habe ich so einen Dicken besiegt? Keine Ahnung. Ich finde es aber cool, dass du immer eine Tour kriegst. Also, Noshit. Auch wenn da vielleicht, also relativ schnell, ähm, keine guten Sachen mehr drin sind. So ganz klassisch, ähm, das ist eher nur so Beschäftigungsteherapie. Ach, guck mal, Runde 2. Okay, vielleicht gibt's dann doch geile, aber was bist du denn? Bist du gut, bist du schlecht? Schützt du mich? Ah, gut, schützt mich. Bam, Alter, das ist auch so satisfying. Ich muss aber sagen, ich muss, ich finde, es sieht zwar super schön aus zu spielen, ich muss aber sagen, also, klar, Borderlands hatte schon immer so einen gewissen Comic-Look, äh, äh, beziehungsweise halt Cell-Shading-Look, äh, Cell-Shading, so, nicht Cell-Shading, sondern Cell-Shading, ähm, allerdings muss ich sagen, dass das hier doch sehr, sehr, fast schon teilweise zu Cartoon-artig ist, meiner Meinung nach. Leider, du warst deine Attacke aufgebrettet. Komm her. Ach, das slowt. Ich treff's nicht. Oh, Streif! Schnapp dir das Schreiteil und bring's zu mir. Stepper? Ja. Das ist dein Schreiteil! Okay, der Kerl wird uns doch 100 Pro umbringen, oder? Nein, nein. 100 Pro. Bitte was, Schätzchen? Nein. Er heißt buchstäblich Messerstecher. Das ist bestimmt nur... Wie heißt der Typ, der dich umbringen will? Messerstecher. Fühl ich ja komplett. So, wir gehen auf jeden Fall zum Messerstecher wieder. Ah, guck mal, dahinter ist auch ein Teil. Aber das kriegst du noch nicht auf, oder? Das wär jetzt so einfach, ne? Du erspähst dein Schreiteil! Schreiteil, was Stress will. Ey. Oh, guck mal, der Typ. Wenn du dich wieder herstellst, wird dich Monete zweifellos mit fabulösem Reichtum bedenken. Ja, ich spreche erst mal mit dem... Damit hab ich nicht gerechnet. Vielleicht... Hat er sich selbst erstochen? Geheimnisse mit Dienste gibt es hauptenweise im Ami-Beherfung. Egal. Sobald der Schrein komplett ist, könnt ihr die Belohnung ganz allein für euch haben. Tina hat ihm eiskalt einfach das Ding. Benutzen! Benutzen einfach mal. Monete, die Schutzheilige des Bargeldes ist deinen Tischchen und Gänzen. Beutelchen, wir wohnen. Bringt mir das was? Ich hab ihn einfach aktiviert. Heißt das, ich krieg wahrscheinlich irgendeinen Bonus. So, wir wollen aber immer in die Stadt. Ich hoffe jetzt auch nicht... Ah, ne, Bottle Cap ist im Weg. Ja, bitte benutzen. Queen's Gate! Sieht aus, als wäre wieder Magie im Angebot. Stimmt, ich vergesse die ganze Zeit, dass die Uhr... Oh lol, keine Sorge. Die Trottel am Tisch können mich nicht hören. Hier unten sind nur wir. Hey, ich weiß, dass ich der Schurke bin. Aber ich wollte dir trotzdem Glück für deine Quest wünschen. Nicht, dass du Glück bräuchstest. Hab ich recht. Schließlich bist du der Schicksalsbringer. Okay, das ist cool. Einfach, weil wir ja auch wissen, dass Tina... Den, ähm... Äh, weil Tina ja dann bösewichts spielt. Also nach dem Motto, hey, ich wünsche dir Glück. Hast du das schon cute gemacht? So, ich hab doch... Guck mal, Munition auffüllen. Da nicht... Das Overlay gefällt mir nicht. Kannst du irgendwas? Ich glaub nicht. Meins kann... Mein Meteor kann mehr als deins. Da oben ist der Regenbauer... Regenbauer. Alter, ist die Membrus. Oha. What the fuck? Ja, und was machen wir? Nicht darüber kommen. Bam. Ah, stimmt, ich hab ein paar neue Punkte. Wir gehen weiter. Kuh. Kuh. Wir gehen weiter. Auf. Alter. Ey, das erinnert mich jetzt so. Ich weiß nicht, für die, die Dingsbums gespielt haben. Die den Tiny Tina's Sword und Dragon Keep gespielt haben. Das beste Borderlands DLC, was es in allen Teilen gab. Und erst recht aus Teil 2. Was bist du? Ach, du bist ein Magier. Ich muss sagen, ich glaube... Wenn ich einen guten Dingsbums bell... Der ist der, der ist so viel Geschoss, das vertiert sich ein bisschen. Äh, wenn ich einen guten Nahkampf... Kann ich ins Wasser gehen? Schade, dass es funktioniert. Ich gehe einfach. Oh, ein Würfel. Entschuldigung. Nein, stimmt, die geben mir ja immer was. Ich vergesse das. Für mich sind das einfach nur Collectibles. Du bist ein Schild, du bist eine Axt. Du bist eine gute Axt. Ah, den hat's kaputt gemacht. Du könntest auch am explodieren in den Passlagen, was da drin ist. So von her, zack. Wow, das ist nicht meiner gewesen. Oh, ist so viel los. Alter, der Rückschuss von der Waffe ist aber insane. Das sieht geil aus, dass ich meine Hand nicht unter Kontrolle und die ganze Zeit... Oh, mein Schildeskopf tut. Aber ich sollte mir nicht einfach so reinrennen, ne? Oh, Sack. Apokalypse, so far. Okay, wow. Gut, der Spruch passt im Deutschen jetzt natürlich leider nicht. Das heißt, der Apokalypse now. So soll das also laufen, hey? Oh, oh, lila, lila, lila. Warte, um's runtergerutscht. Kosmetische Items. Das mag ich werden. Ahm. Es ist schon ehverschuldig. Oh, die greifen mich nicht an. Okay. Die Sensitivität ist ja auch minus 400 im Zoom. Was soll das denn? Gibt's halt Zinoskops-Action. Nice. Und... Pum. Die Sprüche sind schon cool. Also, ich muss sagen, das Problem, was die Sprüche haben, ähm, das fand ich, hatten sie auch bei Borderlands 3 immer, so cool die Sprüche auch gedacht sind, ähm, sie... Ähm, was die, was... Das Problem, was die Sprüche hatten, das hatten die auch schon in, ähm, ähm, Empfindlichkeit beim Ziel mit einer Waffe. Ja, machen wir bitte mindestens auf 50, so wie sich das anfühlt. Immer diese Entscheidungen. Ähm, das hatten auch die Sprüche bei, ähm... Was willst du denn? Jetzt wird weitergezaubert. Du bist ein Schild, ne? Ah, Absorption, 15%... Äh... Auf jeden Fall mit dem zu vertecken. Ähm, die Sprüche sind cool, keine Frage, und sie sind auch lustig. Sie verlieren halt nur hart schnell an Reiz, weil du das Spiel mehr oder länger am Stück spielst oder gerade, gerade so wie ich, ähm, wahrscheinlich auch mehrmals spielen wirst, werden die Sprüche irgendwann einfach nur tiltend. Das ist, das ist so, das ist so legit nice to have. Es ist aber auch eine Sache, die, leider, wie gesagt, sehr schnell... ...die alleine gegen die Entlungen, Horden und Skeletten ankämpfen. Seine Rüstung trägt Kratzer aus hunderten Schlachten, doch seine Ehre ist unversehrt. Es ist... Okay, der sieht gut aus. Alter, die haben einfach alle eigene Seiten im Buch. Ich will auch eine eigene Seite im Buch kriegen. Hey, du, Zivilist! Hierher! Wenn du mich Zivilist nennst, dann level ich erst mal. Ich hab dich am Strand gegen die Untoten kämpfen sehen. So am Glück bin ich nicht der Einzige, der diesen Knochenwixern in den scheiß Arsch tritt. Gut, dass das Spiel ab 6. ist. Ich wusste gar nicht, dass Paladine so viel fluchen, sonst hätte ich mich auch verpflichtet. Sehe ich verdammt nochmal aus, als hätte ich Zeit zu benimm-Lektion? Ich stecke bis zur Schamkapsel in Untoten. Sie kamen aus dem Nichts! Bis zur Schamkapsel in den Untoten. Hey, der Dragonlord ist zurückgekehrt. Ich habe es selbst gesehen. Der Dragonlord! Verdammt, um den kümmern wir uns später. Im Moment müssen wir diese Belagerung zerschlagen. Die Untoten haben Katapulte, um Skelette über die Mauern zu schleudern. Du musst sie zerstören. Hier, nimm dieses C4. Ich weiß ja, dass du Sprengsätze magst, Tina. Aber geht es nicht etwas fantasymäßiger als C4? Okay, 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 okay. Guter Einwand. Ähm, ja, natürlich. Also gut. Oh wow. Hier, nimm dieses, äh, Fanta C4. Nein! Nein! Ah, ich könnte kotzen. Du kannst auch im Deutschen Fantasy vornehmen. Oh. Oh wow. Oh. Okay, dann weiß ich aber auf jeden Fall, dass ich es im Stream auf Englisch spiele. Das ist ja grausam. Oh Gott, das tat ja gerade weh. Aua. Oh, hätte man da nicht irgendwas anderes im Deutsch nehmen können? Oh, das tat ja richtig weh, Digga. Aua. Also für die, die jetzt keine Ahnung haben, der, also der Roboter Fred meinte halt, so nach dem Motto, kann es nicht ein bisschen fantasievoller sein? Halt im Englischen Fantasy. Could it be any more fantastic oder so? Keine Ahnung. Und Fantasy und Fantasy und Fantasy also C, der Buchstabe, also Fantasy 4. Oh wow. Und dann im Deutschen Fantasy 4. Oh Bruder. Also, der Synchronsprecher kann dafür nichts. Der macht nicht, der übersetzt die Texte nichts. Aber, alter Jungs. Oh ne, weißt du ja, was ich stelle das jetzt um? Das geht ja gar nicht. Ich lasse, ich lasse das, geht das überhaupt? Steuerung Gameplay. Das machen wir bei so bei mir aus. Das mag ich nicht. Da möchte ich, das stelle ich unbedingt aus. Holy shit. Also, das geht ja gar nicht. Ei, ei, ei. Oh, der tat, also der tat wirklich weh. Der tat richtig weh. Oh. Irgendwas niedernes. Aktiviert. Das ist dafür, dass ich dich anschauen musste. So. Zauber Slots sind bereit. Dann benutzen wir die Zauber Slots doch mal. Komm mal her. Die bleiben echt lange in diesem Polymob Ding. Also nicht, dass ich mich beschweren würde. Wie komme ich da hoch? Muss ich hinten aufs Haus klettern? Ja. Also nicht, dass ich mich beschweren würde. Na ja, geht, ne? Was bist du? Bist du irgendeine Ausrüstung, die ich ausgewählt habe? Okay. Gut zu wissen. So. Ähm. Ah gut, komme ich hier hoch? Ja, bestimmt, ne? Oh, was bist du? Oh. Das ist kein Skelett, das ist ein Steintroll, du Vogel. Ich sehe das Schafe. Ich muss das Schafe nicht. Ich glaube das Schafe... Achtung! Leute, ich wollte es gar nicht schaffen. Ey, da ist ja immer noch auf minus 50, dass du... Aua, du tust weh. Du musst ja Level 6, da musst du Level 6, Kollege. Oh, da gibt es ja nicht mehr Flut. Ich töte nicht umsonst. Das war, glaube ich, mein Schild. Schade, ich würde ihn eigentlich töten. Warte. Schade, klappt nicht. Wäre cool gewesen. Gib ihm so Steinträumen. So langsam gewöhne ich mich ans Töten. So langsam gewöhne ich mich ans Töten. Tschö, ich muss es nachher ich experience die Technical Difficulties. Bereit zum Zaubern! Löttsch das Fanta C4 an das Katapult! Boah, ist der Fancy. Und halt die Fresse mit dem Fanta C4, Alter. Oh, was bist du? Du bist hier doch was anderes, ne? Einfach Zauber auf Feuer und vergessen. Du hast eine Hydra-Gefährtin, der Feinde in der Nähe angreift. Das ist auch cool. Okay, es gibt, also jetzt schon, also hart viele verschiedene Zauberer, das auf den, ein Zauberer und das auf den ersten Level. Da kann man richtig geile Scheiße mitmachen. Und, Alter, Pauli, die Mike, ist ja richtig, guck, schnückelchen du, also da kannst du nichts gegen sagen. Was? Spreng ihr das C4? Okay. Das Katapult eskludiert, den Gläser und Regenbogenstücke. Goll. Verdammt gut gemacht! Spreng die Scheißdinger zurück, bis in die Hölle! Okay, Paladin Mike ist nicht meine Erfindung, aber ich habe diesen coolen Barista im Econet kennengelernt und er meinte, ich kann seinen BNB-Charakter benutzen, wenn ich will und ich so yeah und er freut sich wie Borda und ich überlegt muss, ob ich ihn mit Akzent sprechen lasse. Ey, Phantam, ich also, Phantamike. Das ist nicht Paladin Mike, das ist einfach Phantamike. Jawohl. Also, ich finde Phantamike cool, Alter. Und ich muss sagen, das ist auch eine hartnustige Anspielung. Also, ich bin echt nicht in diesem Dungeons & Dragons Game drin. Allerdings muss ich sagen, dass, wenn man dann auf Pinterest dann doch mal in so ein Ding reinrutscht, da muss man so später nochmal hinrutschen. Da muss man so später nochmal hinrutschen. Verwüchtung im Anflug. Was wollte ich jetzt sagen? Ich bin gerade so raus. Genau, dass viele Leute, oder beziehungsweise, es gibt ja mal einen Dungeon Master, das was in dem Sinne, jetzt halt hier im Spiel Teil eine Tina macht. Und da gibt es halt die Leute, die spielen. Und es müssen natürlich, es muss ja eine Story erzählt werden. Die Story braucht natürlich auch andere Charaktere, so wie hier jetzt bei uns Phantamike. Und ich bräuchte mal leben. Ich weiß noch nicht von wo. Das wieso dick Damage gibt, Alter. Das Feuerdinger. Hebe, Heidräger. Uh, Mama. Nee, das will ich jetzt nicht mehr first down, tatsächlich gar nicht ein. Gehen wir mal leben. Danke. Und die, also das ist so, halt NPCs erstellt werden müssen und die brauchen ja auch eine Story. Du kannst nicht einfach sagen, das ist jetzt ein NPC, damit die redet. Oder beziehungsweise, du kannst es schon. Es ist natürlich aber immer cooler, wenn du halt, äh, den Charakter, dann halt auch, äh, Eigenschaften gibst, oder beziehungsweise halt der Probi ist mit verschiedenen Stimmen zu reden. Und, dementsprechend bedienen sich halt auch Leute im Internet davon. Also gibt es massiv viel. Also auch nicht böswillig, sondern es gibt ja wirklich Leute, die diese Charaktere erstellen und dann sagen so, ey, kannst du in deiner, äh, Dungeons & Dragons, oder beziehungsweise, in deinem Tabletop-Game gerne verwenden. Oder eine Shop-Game, klingt besser auch, wenn man ein Steinbein. Das war nicht so gut. Die Musik war ja bei Eko-Shop-Kämpfen beim Leben-Nodus. Ich bin am Nachhinein. Oh ja, nice. Aber wieder nur ein Anpassungsstück. Nicht das Anpassungsstück, Stücke Schlechtfern, sowas hab ich eigentlich aufgezogen. Regeneriert fehlende Gesundheit pro Sekunde. Fühl ich jetzt schon 30 Mal mehr als das, was ich habe, was auch immer ich hatte. Ah ne, da war fucking meint, das ist okay. Ist ja langweilig, wenn ihr alles Gesundheit regeneriert, da ist irgendwas seltenes. Schon bekannt. Regeneriert Gesundheit über Schaden, dann probieren wir dich da mal aus. Gefällt mir. Wird genommen. Ich war mir, weil es relativ wenig cooldown hat. So, wir gucken natürlich erstmal überall anders, außer da, wo wir hin müssen. Was es denn alles hier so gibt? Da kommen wir wahrscheinlich nachher wieder durch. Hier ist eine Hülle. Ich mag Hülle. Und die Verbindung zum Geo-Rocks-Software ist weg. Du glückspicks! Du sagst jedes Mal, du glückspicks. Du baitest mich legit jedes Mal damit. Ich finde, das sollte nur so kommen, wenn, keine Ahnung, mindestens ein Lila-Lis-Ding oder so dabei ist. So, was haben wir hinten noch? Auch wieder was, wo ich nicht hin sollte. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Das ist eigentlich mal jetzt hier jetzt backtracking, wenn man das will. Aber. Ich glaube, da muss ich... Ja. Wildes Land. Ich glaube, da ist eine Nebenmission. Da führt uns eine Nebenmission hin. Da wird irgendwas sein, aber... Da führt uns... ...dass ich ihm von meinem Bauernleben berichte. Nun, Milord, sagte ich, ich stehe vor der Sonne auf und schufte endlos in der drückenden Hitze. Nach meinem Tag vertaumelig geschunden und verbrannt ins Dreck und Schmeck, um einen Humpen Limo und ranziges Brot zu genießen. Geil. Ein Humpen Limo. Und alles fängt wieder von vorne an. Nicht so ruhmreich wie das Leben eines Lords, aber ich bin mein eigener Herr. Moment. Das stimmt ja gar nicht. Hey! Meine Bauern, Früder und Schwestern! Mir ist gerade klar geworden, dass unser Leben scheiße ist. Sie damit gelort, sage ich, Rebellion! Der macht mit! Oh, ein Garten. Der böse Garten. Alles den greifen wir uns an. Oh ja, die Lati. Ich gucke mir das, um zu blöken. Das hilft dir auch nicht. Wow. Elementar Adler! Elementar Adler! Nicht der Redepeer! Ja, guck mal, da kannst du das gerne sagen. Guck mal, das ist irgendwas Effekt. Keine Ahnung, ganz viel Text. Ich hab's nicht durchgelesen. Was bist du? Kann es kaum erwarten mit Zaubern, um mich zu lassen. Zauber Schaden, Zauber Status Effekt Schaden. Also geil, dafür bräuchte ich aber einen stärkeren Zauber an sich. Ach, da ist, das ist, du siehst aus, als will ich dich haben. Oh. Gut, du bist ein bisschen unspektakulärer, als ich sagte, dass du wirst. Ach, hier muss man wahrscheinlich auch wieder für eine Quest hin. Ah, ne, guck mal, oder so. So geht's auch. Oh, was bist du? Kritischer Treffer Schaden. Ich kann die Objekte nicht. Was bist du? Bist du? Du bist, das ist doch auch das, was das hier, also das hier, ne? Ja, kritischer Zauber Treffer Chance, Schutz, Schutz, Regenerationsverzögerung. Nein. Schutz, naja, gut, das heißt, ne, das heißt, shield. Ich hab mich gerade kurz gewundert, weil ich genau, als ich geschossen habe, ist die Verbindung weg gewesen zu Gearbox Software. So, nice, haben wir das aber auch erkundet.